Was mir gerade so einfällt, ist, dass die Treppe in der Luft schwebt. Ist der noch da? Nein, der ist schon weg. Irgendwann abgehauen, wahrscheinlich ohne Ware und verärgert. Wir sind gerade nicht am Laufen, sondern in der Pause. Hätte ich doch nicht runterdrücken sollen. Naja, egal. Läuft auf jeden Fall erstmal wieder. Er buddelt da weiter. Der Geist ist da. Da können wir aber auch noch dahinter wieder was wegmachen. Dann machen wir mal so. Und dann schauen wir weiter, was da noch ist. Hier könnte man auch noch reingucken. Dann machen wir mal drei davon. Ja, hier ist es dann auch schon noch zu machen. Ja, hier können wir noch zwei machen. So ein bisschen reingucken muss man. Ab und zu könnte ja noch irgendwo ein Hohlraum sein, wo noch welche sind. Die wollen wir ja alle schlagen. Hier ist überall noch machbar. Da sind auch Sachen. Obwohl hier ist ja auch noch was zu entdecken. Und da auch. Da können sich ja mal ein paar Helden reinschwingen. Hier ist überall schon was angezapft. Die Murmel da, die ist am Leuchten. Ja, und hier muss es auf jeden Fall auch noch weiter reingehen. Da ist auch bestimmt noch was. Ich glaube, da machen wir mal nicht mehr so viele, sondern nur drei weiter rein. Hier können wir mal da so weiter bohren. So, wer pickt da rum? Einer von unseren Bergleuten. Aha, da ist er. Wo läuft der hin? Der läuft jetzt stark hier um Pudding immer, oder was? Ja, ganz besonders da rum. Ja, was willst du da machen, ne? Du kannst überall ein bisschen reingucken. Das ist die Frage, ob es Sinn macht. Ist er hier am Werkeln? Und jetzt geht er wahrscheinlich hoch, oder? Ne, Treppe war da, ne? Also geht er noch nicht hoch. Budelt jetzt noch hier. Und dann ist das auch geschafft. Ah, das können wir so lassen, ne? Jetzt geht er wahrscheinlich hoch, ne? Jetzt müsste man den zweiten rausholen und den gucken, wo der lang geht. Der wird ja dann wohl dann der nächste sein, der hier was macht. Aber der schläft oder die... Er läuft jetzt runter, ne? Okay, dann können wir ja verfolgen eigentlich. Allerdings können wir gerade mal gucken, was hier mit... Ah, ne, noch nicht. Hm, ich dachte, die Wasserräder wären da, aber ist noch nicht. Das hat nicht geklappt. Die Person läuft jetzt runter, ab in den Keller. Und jetzt wird hier weiter abgebaut. Hier geht's hin, okay. Einmal jetzt rum und dann die andere Seite gemacht. Ja, das Durchbruch macht Sinn, ne? Weil man so weit rumlaufen muss. Nur die Frage, ob der Durchbruch auch gemacht wird. Wahrscheinlich dieses Steinchen bleibt nämlich gleich stehen. Weil das wieder später gemacht worden ist, ne? Wo geht die Reise hin? Okay. Gucken wir mal hier. Da ist nix. Da ist auch nix. Das wird hier weiter gelaufen. Bedeutet, da würde man besser einen abbauen. Okay, das ist eine gute Idee, das da zu machen. Und dann kann man da durchgehen. Das ist schon mal sehr positiv. Vielleicht nur einen, komm. Wo wird jetzt gebuddelt? Geht jetzt hier auch hin? Und wo? Bitteschön. Hier hin. Sehr schön. So, jetzt geht sie bestimmt wieder hoch. Und dann ist die andere hier unten wahrscheinlich, ne? Dann wechseln die sich immer passend ab. Der eine schläft, der andere arbeitet und umgekehrt. Okay. Da hin. Aber nur den einen, die andere haben wir später gemacht. Ja. Komm, machen wir hier noch zwei weg. Und da auch noch zwei weg. Wo wird gearbeitet hier? Und da rein? Ne. Da, oder was? Aber auch nur einen, weil die anderen haben wir wieder später angezeichnet. Ist krass, oder? Hier, da. Zack. Der muss auf jeden Fall weg. Wo geht die Reise jetzt hin? Okay. Keiner weiß genau es. Okay, da geht's weiter. Macht da Sinn. Da ist aber kein Einschluss. Okay. Der eine blieb stehen. Hier wird weitergebaut. Und die sind weg. Und vielleicht noch auf der anderen Seite. Oder wie? Nee. Keine Ahnung, wo hingegangen wird. Wahrscheinlich hier. Oh, die zweite Person ist auch da. Ah, hier wird abgebaut. Und das war jetzt ein bisschen viel, aber ist auch egal. Okay. Ah, der wird nicht gemacht, aber der wird gemacht. Okay. Okay, sie geht weg, oder nicht? Nee, da wird auch noch gearbeitet. Oh, da wird ein Durchbruch gemacht. Super. Dann ist der lange Weg woanders lang jetzt. Dann nehme ich kurz. Läuft jetzt weg, oder? Nee, da wird auch noch weiter gearbeitet. Passt nochmal. Und jetzt geht's bestimmt hoch, oder? Okay. Jupp. So, dann ist sie da oben und komme runter. Okay. Hier ist noch nichts passiert. Hier geht's weiter runter. Da weiter runter. Und hier läuft sie. Wo geht's lang? Ja, da müsste man jetzt hier einfach einen Durchbruch machen, ne? Wegen Abkürzung und so, ne? Tatsächlich einen Stein weggemacht. Und jetzt geht's wieder hoch, oder? Das wäre ja der Bringer. Ja, könnte passieren, ne? Läuft. Hier ist noch nichts passiert. Da unten steht noch der Ghul. Keiner geht da weiter runter. Ja, den brauchen wir nicht verfolgen. 61 haben wir da. Und schläft hier. Wo schläft denn die Person? Da, oder da? Sie, was macht sie? Geht auch ins Haus, auf jeden Fall. Hat sich irgendwo hingehauen zum Schlafen, ne? Das ist er. Das ist auch eine Frau. Die machen hier die harten Arbeiten. Ja. Läuft so schleppend voran, würde ich sagen, ne? Hier das mit den Wasserrädern. Das ist irgendwie komisch, oder? Kriegen wir das in den Griff? Die sind aber doch da ausgewählt, oder? Ich habe es nochmal gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob es ist oder nicht ist. Das ist hier die Frage, ne? Könnte natürlich hier neben nochmal freischöppen, dann sieht man, wo es ist. Aber ich habe keinen blassen Schimmer. Was da passiert oder nicht passiert, ne? So, wer ist unten? Jemand? Doch, er. Beziehungsweise auch sie, ne? Hier geht die Reise ins Dunkle. Hier, das müsste mal besser werden. Sind zwei wieder gestiegen auf 63 jetzt. Wir müssen das machen. Und jetzt läuft's. Die Reise geht sonst wohin. Quer durchs Land. Keine Ahnung, wo die immer hin und her laufen dann. Jetzt wird's wieder heller. Wahrscheinlich wird jetzt hier weitergearbeitet. Ja. Kann man leider nicht durch. Läuft jetzt hier rum, um da was zu machen, wa? Okay. Ja, genau. Ganz fantastisch. Laufen die beiden jetzt hin. Sie hier, ja. Ne, auch sie. Sind ja alle sie. Hier unten, da oben. Wir haben einen anderen Weg genommen. Ah, die teilen sich das eine von hier und das andere von da retten. Genau so ist es. Noch besser. Durch. Ja, das war nix. Ach so, muss da ganz rum, ne? Haben wir den Durchbruch geschafft, auf jeden Fall. Ob der jetzt Sinn macht oder nicht, ist die nächste Frage, ne? Ja, da ist gerade nicht so viel lukratives zugegangen. Ich glaube, wir machen auch hier nix mehr, dass das hier irgendwann zu diesem hier mal kommt. Dass da die Treppe gebaut wird, ne? Kann man ja auch nicht priorisieren, oder? Das wär's jetzt noch. Ich glaube, sie ist noch irgendwo hier am Baggern. Ja. Geht hier noch ein bisschen was machen? Okay. Nein, wir wollen nicht mehr machen, haben wir gesagt. Wir wollen erst mal gucken, dass die Treppe nach unten frei wird. Okay, wo geht's jetzt lang? Hier noch hin? Nee. Da auch nicht. Hier hin, oder? Oder hier? Oder doch gar nicht? Da hin. Okay. Wird weiter Kupfer abgebaut und einer bleibt wieder stehen, weil jetzt Zeit ist, hoch zu gehen. Wahrscheinlich zum Schlafen, oder so. Ja. Ja. Nee. Das ist nicht zielstrebig nach da hinten. Wo geht's hin? An die große Front hier. Da ist bestimmt spannend. Ja, da ist auch schon was frei. Okay, da können dann Helden weiter forschen gehen. Zum Glück kommt gerade kein Monster um die Hecke. Das ist schon mal gut, was da gerade passiert. Und jetzt hier noch? Nee. Jetzt war wohl genug. Okay, die zweite Person ist schon da. Ich gehe davon aus, dass die andere hoch geht. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Okay. Total wieder durcheinander, wo der Weg lang geht. Wie so eine Sternfahrt hier, ne? Oh, siehst du noch da? Die zweite Person. Jetzt habe ich gerade den Fokus verloren auf dem Bildschirm. Wo wird denn hier gekämpft? Da hinten? Kann ja nur hier sein. Woanders war doch nichts mehr, oder? Ja. Der Teddybär macht das hier gerade. Ach, da ist noch ein Held. Okay, da geht's auch noch weiter. Aber ich möchte jetzt nicht mehr weiter gucken gehen. Weder der eine noch der andere. Ja, hier kann man auch noch in die Ecke. Gucken wir mal gerade, wer wo ist. Aber wahrscheinlich beide oben. Ja, die geht auf jeden Fall hoch. Da ist noch unten, okay. Aber geht doch hoch. Okay, alles klar. Ja, jetzt haben wir einen neuen Teil entdeckt. Hier geht's leider noch nicht weiter. Müssen wir wieder warten. Hier wird's größer. Jetzt ist hier irgendwo noch wieder gekämpft worden. Wo das wieder war, weiß keiner. Wahrscheinlich war das hier in der Geist oder sowas. Hier war doch noch ein Geist, ne? Ach, der ist auch noch da. War also nicht hier. War irgendwas anderes. Keine Ahnung wo. Ah, hier oben wahrscheinlich. Ist da noch was entdeckt worden? Könnte sein, ne? Ja, dann. War da so ein heimlicher Abbau, den ich nie mitgekriegt hab, dass da oben was offen gemacht worden ist. Naja, okay. Gut, aber ich würde auch sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht das. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr informiert werden wollt über das nächste Video. Dann glückt die Glocke noch, dass er da auch noch was abkriegt, ne? Alles klar. Kurz nochmal hier geguckt. Ja, der entdeckt da noch was. Da ist wahrscheinlich zu. Ja, und dann geht's nur noch hier weiter und da. Und vielleicht noch hier. Aber da sind gerade noch zwei Helden. Komm, wir bleiben im Moment noch. Ja, da ist auch noch ein Monster. Da ist auch noch ein Monster. Aber schon geschlagen. Also, er geht wieder und er. Na? Müsst du noch was entdecken? Ne, ich glaube die Person geht auch wieder. Dann war's das. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.